Pokémon Platin, weiter geht's, wohin genau, in Ewigenau. Ich hab vergessen zu speichern nach der vierten Folge und musste jetzt noch einiges neu zocken. Hab dann aber am Weg gleich noch sämtliche Trainer mitgenommen. John Henke ist jetzt Level 86, wollte ich sagen. Level 30 hat 86 KP. Richtig, überlevelt, aber ich hab nur ein einziges Pokémon, deshalb eben. Und ich hab jetzt auch Schnabel gelassen für den Wald, der war so nervig ohne irgendeiner Typ Effektivität. Effektivität, von daher Schnabelflug. Jetzt kämpfen wir gegen Silvana, die Arenaleiterin dieser Stadt. Der letzte, der mich herausforderte, war so ein ungestümer, junger Kerl. Hm, wer könnte das nur sein? Du kennst ihn, er hieß Nia. Er heißt auch noch immer Nia. Er hat dich schon angekündigt, seitdem er gesagt hat, dass du auf dem Weg her bist, bin ich ganz zappelig. In meiner Arena trittst du erst am Ende gegen die Arenaleiterin, nämlich mich an. Doch davor liegt eine Reihe von Duellen gegen die anderen Trainer in der Arena. Ich warte dann ganz hinten auf dich. Okay, auf geht's, ab geht's, die wilde Fahrt. Ich hab kein neues Pokémon gefangen oder so. Ich bin dabei geblieben. Wir legen gleich los. Ich spreche nicht mal den Guide am Anfang an. Gegen die Göhre Anne. Die hat zwei Pokémon mit im Gepäck. Kikugi ist ein Pflanzen-Pokémon. Kikugi entwickelt sich zu Kinoso und hat sogar eine spezielle Form, die wir aber, glaube ich, nicht sehen werden. Wir müssen mal ein Kinoso sehen, mal schauen. Eine Sonnenform nämlich. Roselia ist das nächste Pokémon. Möchte ich wechseln? Nein, natürlich nicht. Also, bei geißelndem Sonnenlicht wird Kinoso zur Sonnenform. Schnabel gegen Roselia. Ist es ein One-Shot oder nicht? Nein. Aber sehr effektiv. Stachelspore. Ach komm, nerv nicht. Achso, ich werde dem John dann auch noch wieder irgendein Item geben. Vielleicht eine Bäre. Da wäre zum Beispiel jetzt eine Bäre ganz nett, die automatisch die Paralyse heilt. Aber hab ich gerade nicht mit im Gepäck. Greift nicht an. John, komm, das hätte echt nicht sein müssen. Aber Roselia kann nichts, denn Giftstachel richtet mir keinen effektiven Schaden an. Von daher kein Problem. Ich bleibe auch paralysiert für den nächsten Kampf. Das nehme ich einfach in Kauf. Genau, aber vielleicht, ähm, ich will mich nicht zu früh freuen. Wasser gegen Pflanze ist nicht die schlauste Idee. Die Blumenuhr in dieser Arena. Du kannst auf ihren Zeigern laufen. Okay, gut zu wissen. Ja, also mit einem Wasserstarter in der Pflanzenarena. Das gab's, glaub ich, auch noch nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Aber ich will eben, wie gesagt, ja, ich werd bald Pokémon fangen. Keine Sorge. Aber ich will jetzt nicht Ewigkeiten damit verbringen, hier immer zu trainieren. Wenn ich jetzt schon die Schwachen fange und dann wären alle so, ich schätze mal, entweder John Hankey, zum Beispiel Level 30 oder alle Level 22, so in etwa. Und, ja, der John ist mir wichtig. Der Johnny Boy, auf jeden Fall. Und die Petra ist am Start. Genau. Aber demnächst werde ich fangen. Da kommt dann noch so eine nette Höhle, wo ich mir ein Pokémon rausgesucht habe. Absorber. Aber das ist gar nicht gut. Und die Pokémon, weil ich paralysiert bin, die beginnen auch immer. Die anderen. Aber Energie abgesaugt. Och, komm. Vielleicht hätte ich nicht so geizig sein sollen und einfach... Ja, egal. Ich war ja... Man hat ja genug Geld. Eigentlich hat man genügend Coins, aber... Man ist dann doch irgendwie sparsam. Okay, nein, nach der Trainerin gehe ich entweder ins PokéCenter oder... Mach da was, denn... Kann ja nicht sein, dass mir ein Knospi Level 15 da schon zusetzt. Das Baby von Roselia. Roselia entwickelt sich mal zu Roserade. Wenn es irgendwann möchte. Und mal schauen. So. Noch ein Knospi. Sehr schön. Diese Kreativität hier und lass mich raten, Pokémon Nummer 3 ist auch ein Knospi? Oder so. Alle setzen Absorber ein. Es wird ja immer besser hier auf jeden Fall. Wird sich Level 31 vor der Silvaner noch ausgehen? Mit den EP von Knospi? Bestimmt nicht. Aber ich glaube, eine Trainerin müsste ja noch kommen. Und ich würde sagen... Tatsächlich noch ein Knospi. Ich würde sagen, noch ein Zusatzlevel einfach nur so... Der Sicherheit halber könnte nicht schaden. Die Entwicklung kommt zwar später. Ich glaube, mit 36 oder so zu Empoleon. Aber ich meine, das ist die zweite Arena. Da muss man eigentlich nicht so krass gelevelt sein. Ich habe aber, wie gesagt, ich habe nicht viel trainiert. Ich habe die ganzen Trainerkämpfe mitgenommen. Und eben nie gewechselt. Weil ich nur ein Pokémon habe. Außer Einstein wegen Zertrümmerer. Aber für Zerschneider brauche ich dann sowieso auch was anderes. Und genau. Ich bleibe da jetzt mal dabei. Und ziehe das mit dem Starter durch. Wir bleiben aber trotzdem noch paralysiert. Die Kämpfe waren ja so easy. Da geht sich noch eine Trainerin aus. Okay. Wie steht der Zeiger jetzt? Muss man mal drauf achten. Bei Werbungen. Bei Urenwerbungen sind die Zeiger immer... Oder nicht immer, aber häufig bei 10 nach 10. Hm. Was hat es damit nur auf sich? Naja, 10 nach 10. Wenn die Zeiger so stehen, dann ist das sozusagen ein lachendes Gesicht. Positiv. Und da kaufen die... Roselia wird in den Kampf geschickt. Da kaufen die Leute dann lieber ein. Sozusagen. Muss man sich mal vorstellen, wenn die Uhr eher nach unten zeigen würde, die Zeiger. Dann wäre das ein trauriges, enttäuschtes, deprimierendes Gesicht oder so. Und das würden... Das mögen die Leute nicht. Dann kaufen die die Uhr nicht. Gut. Das ist sehr effektiv. Jetzt mal schauen. Ja, egal. Wir riskieren das noch. Mega Sauger. Ich sollte noch am Leben bleiben. Und die Paralyse wird mir hoffentlich diesmal nichts machen. Komm, 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 schon. Schon, schon, schon. Jawohl, Dankeschön. Und jetzt geht es dann nämlich ab ins Poké-Center. Denn vor der Arena-Leiterin wollte ich sowieso noch. Ich denke, sie kommt jetzt schon. Und das Level-Up geht sich mal aus. Nicht knapp irgendwie nicht, sondern Level-Up ist am Start. Jetzt habe ich schnell übersprungen und nicht mal die Attribute gesehen. Na gut. 608 Poké-Coins. Gut, gut, gut. Die Blumenuhr wird sich mal wieder bewegen. Nur die Arena-Leiterin ist jetzt noch übrig. Okay, dann sehen wir uns mal an. Wie spät ist es jetzt? Hm, wer könnte das nur erahnen? Und bei Apple zum Beispiel, die Pressebilder, da sind die digitalen Uhren der Handys und Geräte und so im Allgemeinen immer auf 9.41 Uhr. Auch wenn ich zum Beispiel mit meinem Smartphone aufnehme, mit der offiziellen App von Apple. 9.41 Uhr. So, ich gehe mal ins Center und dann gleich bin ich wieder da. Und jetzt noch flott in den Supermarkt hinein. Und ein paar Tränke kaufen. Willkommen, kann ich helfen? Jawohl. Ein paar super Tränke, denn ich glaube, entweder ich müsste jetzt noch ein Pokémon fangen oder ich mache es so. Ich glaube, das kann schon nervig werden. Ich kaufe eine volle Ladung an Tränken. Jetzt gebe ich dann, gebe ich mir glaube ich sogar noch eine Bäre. Besser als nichts. Beutel. Bären. Paralyse. Ich weiß nicht, was die Silvana so macht. Schlafen wird, einschläfern wird sie mich nicht. KP um 10 Punkte. Ja, besser als nichts. Geben. Dem John. Trag die mal ein bisschen mit dir rum. Und jetzt schauen wir zur Silvana. Also im Prinzip, ich könnte auch immer, wenn ich was rausschneide, wie zum Beispiel Pokémon Center oder eben nicht rausschneide, ist es nicht, weil ich faul bin oder nicht faul bin, sondern einfach, man muss nicht hundertmal die Arena sehen. Aber im Allgemeinen finde ich schon spannend. Etwas längere Folgen für dieses Projekt und so. Auch sehen, wenn ich Pokémon trainiere oder was in der Art. Man kann ja überspringen, wenn man will. Das hat aber gedauert. Ich bin die Leiterin von Ewigenau. Winkenaus Pokémon Arena. Mein Name ist Silvana. Mache dich auf meine Pflanzen-Pokémon befasst. Schon als ich dich das erste Mal sah, wusste ich, dass du es bis zu mir schaffst. Und ich behielt recht. Oh Mann, ich bin gespannt. Denn versus Silvana mit Pflanzen-Pokémon. Ich habe Wasser-Pokémon. Das kann eigentlich nicht so gut enden. Sie schickt einen Starter vor. Nämlich Schellast hat sich zum Glück noch nicht entwickelt. Und ich setze mal den Schnabel ein. Fange sogar an. Das ist gut. Schellast ist im gelben Bereich. John Henke wehrt die Attacke ab. Jetzt bin ich gespannt, ob dem noch ein Millimeter übrig bleiben wird. Ja, sehr schön. Danke. Reflektor. Jetzt kommt ein super Trank. Nehme ich mal an. Ich setze mal Blubstrahl ein. Oh ja, klar. Ja, klar. Blubstrahl. Vielleicht senke ich die Initiative oder so. Und nur zum Vergleich ansehen, wie viel... Wow. Okay. Hat mehr gezogen als Schnabel, obwohl Schnabel effektiv ist. Und dann direkt nochmal rein. Das ging klar. Ein Volltreffer. Kannst du dir den Volltreffer nicht aufheben, wenn ein Pokémon die vollen KP hat? Das wäre ganz nett. Kinoso. Das nächste Pokémon. Möchte ich wechseln? Nein, ich bin voll. Ich wechsle nicht. Mal schauen, ob wir auch die Sonnenform sehen. Oder eher nicht. Dann versuche ich es nochmal mit Blubstrahl. Eventuell, obwohl Initiative senken. Offenbar bin ich sowieso schneller. Ist dann nicht so wichtig. Nicht effektiv. Setzt Bodyguard ein. Dann kommt jetzt von mir der Schnabel. Mal schauen, wie viele Tränke die am Start hat. No. 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 Oh. Auch ein Volltreffer. Okay. Reflektor des Gegners funktioniert nicht. Nicht mehr Roserade. Na jetzt schlägt es aber 13. Also mit einer Roserade hätte ich nicht gerechnet. Das ist ja... Roselia? Okay. Knospi? Natürlich nicht. Roselia. Aber Roserade? Zauberblatt. Na jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wie ein Bogen wie viel das zieht. 38. Das heißt, einmal würde ich noch überleben. Aber wieso beginnt sie? Das ist nicht schön, dass sie beginnt. Blubstrahl. Komm. Und direkt nochmal Zauberblatt. Ist da jetzt natürlich richtig riskant. Jetzt darf kein kritischer Volltreffer kommen. Boah. Blubstrahl. Komm. Senkt die Initiative. Oh, die Sinnelbeere. Sehr schön. Dass ich vielleicht zuerst drankomme, dass ich schneller bin. Gegen die Rose hier. Oh, gut. Sehr schön. Ist nicht effektiv. Und sie hat auch eine Beere. Schade. Hm. Jetzt Moment mal. Ganz kurz überlegen. Die wird einen Trank verwenden, oder? Wird die einen Trank verwenden? Aber egal. Die kommt sowieso zuerst rein. Also ich muss auch einen nehmen. Beutel und Supertrank auf den John. Ja, schade. Jetzt sind wir dann wieder beide am Anfang sozusagen. Oder sie nimmt gar keinen, sondern Mega-Sauger oder irgendwie sowas in der Art. Das fände ich noch böser. Was macht sie? Die greift an. Mit Strauchler. So, ich habe noch 46. Bodyguard lässt nach. Nimmt die keinen Trank? Zauberblatt. Bitte nicht kritisch. Bitte nicht kritisch. Bitte nicht kritisch. Bitte kein Volltreffer. Komm, 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 komm. Wenn ich Glück habe, dann war es das. Oh, das war mega knapp. Das war wirklich mega knapp. Aber okay, ich bin auch ein Wasser-Pokémon. Und ihre Attacken waren alle effektiv gegen mich. Wenn man den Wasserstatter hat, sollte man das eigentlich nicht so machen, wie ich gerade. Aber ich will erst später anfangen, mir mein Team aufzubauen. Habe ich schon erwähnt, dass du ein richtig harter Brocken bist. Es muss doch schwer gewesen sein, deine Pokémon so gut zu erziehen. Naja. Darin erkennt man wohl, wie gern du deine Pokémon hast. Als Zeichen der Anerkennung sollst du dies hier haben. Der Waldorden von Silvana. Merci beaucoup. Ich danke dir vielmals. Jetzt kann ich auch die VM-Zerschneider außerhalb eines Kampfes einsetzen. Mit den zwei Arena-Orden, die du bereits besitzt, werden wir alle ertauschten Pokémon bis Level 30 gehorchen. Ein Geschenk. Was bekomme ich noch? Eine TM. Nämlich TM86. Schön. Ach, das ist Strauchler. Es ist eine meiner liebsten Attacken. Bringt der Gegner ein hohes Gewicht auf die Waage, ist der Schaden umso größer. Na dann bin ich froh, dass mein Pliprin erst kürzlich abgespeckt hat. So. Das war's. Schöne Arena. Hat mir gefallen mit dieser Blumenuhr, muss ich sagen. Aber es wird Zeit, jetzt hier zu verschwinden. Mit 4 KP überlebt. Aber ich muss sagen, ich hätte ja ansonsten, wenn ich weniger gehabt hätte, auch noch einen Trank verwendet. Das war alles natürlich Kalkül. So, und jetzt speichere ich immer lieber 10-fach. Gut, dann drehe ich mal ein Ründchen. Gespeichert habe ich. Pokémon sind aufgeheilt. Da sehe ich einen Pokéball. Weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht muss ich irgendwas zerschneiden. Ich schaue mich mal ein bisschen um, oder? Wohnanlage, ewig genau. Namensbewertung möglich. Ach so, nö. Mein Name will ich jetzt nicht bewerten lassen. Obwohl, machen wir einfach mal. So, schauen wir da mal rein, was es so gibt. Quatschen wir den Opi an. Hallo, hallo, ich bin der Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Dann bewerte mal den John. Jetzt bin ich gespannt. Ein passender Spitzname. Aber wollen wir ihm nicht einen noch viel passenderen geben? Nein. Äh, danke. Also, Entschuldigung. Entschuldigung, hast du Barmelin? Gegen Blau oder Gei? Ich hab leider kein Barmelin. Aber ich hab eigentlich schon eins gesehen. Da hätte ich mir hier jetzt einen Plaudergei holen können. Der Gebäudewächter ist 24 Stunden am Tag wachsam. Das ist gut. Das ist wirklich gut so. Ja, ich kann jetzt nicht hier in fremde Wohnungen spazieren, oder? Die Attacke Aufbereitung wird während eines Kampfes verwendet. Aufbereitung erneuert ein Item, nachdem es von einem Pokémon bereits eingesetzt wurde. So, was sagst du mir? Trainer oder gewonnene Wettbewerbe? Es gibt offenbar verschiedene Möglichkeiten, ein Sieger zu sein. Und ich hoffe, du findest etwas, wobei du der strahlende Gewinner sein wirst. Das hoffe ich auch. So, jetzt bleib mal stehen. Jetzt mach ich hier mal einen kleinen Stau verursache ich. Du kannst mich nicht fangen. Ich habe Fallen aufgestellt. Aber ich hab dich ja gerade gefangen. So, so, so. Halt, stopp. Haha, ich hab dich erwischt. Ich nehme jetzt deine Fahne. Was für Fahne? Okay, anscheinend ist das ein Spiel, das ich nicht kenne. Ich habe viele Bären gesammelt und tausche sie gegen Accessoires. Okay. Nein, an den Wettbewerben und so weiter will ich jetzt erstmal nicht teilnehmen. Ich muss jetzt irgendwo die VM Zerschneider herbekommen. Da muss irgendwo jemand rumstehen, der oder die mir die gibt. So, was haben wir hier? Der Fahrrad hole ich mir dann später bestimmt auch noch. Radl Reiners Radl laden. Schnell und zuverlässig. So, was bist du? Mein Freund sagt, Team Galactic hätte ihm sein Lieblings-Pokémon gestohlen. Dann müssen wir ihm den Hintern versohlen, denn so kann man das nicht machen. Du siehst aus wie von Team Galactic. Hey, du da. Ja, du Trainer, du. Schon gut, du siehst zäh aus. Ich werde deine... Du kannst deine Pokémon behalten. Warum sind sie nicht schön? Oh, da kommt schon. Bums. Nia. Hey Daniel, du bist doch gekommen, um dir die Pokémon-Statue anzusehen. Stimmt's? Ich bring dich hin. Welche Pokémon-Statue? Dialga? Palkir? Oh. Aber was? Was ist da los? Cyrus. Ah, hier haben wir ja die Pokémon-Statue der Stadt Tewe. Genau. Fest miteinander verwoben, geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Form. In Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Die Mythen-Sinnohs. Wir müssen sie auf Wahrheiten überprüfen. Was haben die nur vor? Entschuldigt. Geht zur Seite. Danke. Sehr freundlich bist du. Muss man schon sagen. Nicht. Oh, hey. Bei diesem Zusammenstoß kam mir eine brillante Idee. Die ist genial. Ich weiß, wie man ganz leicht zu einem Klasse-Trainer wird. Na, wie klingt das? Also, pass auf. Hör mir zu. Alle deine Angriffe müssen sitzen. Gegner dürfen dich nicht treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nie verlieren. Du bist unverwundbar. Der unverwundbare Trainer. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Muhaha. Hey, wieso guckst du dir nicht mal die Pokémon-Statue an? Tschüss. Das war eine wirklich sehr gute Idee. Und es wird schon ein bisschen düster hier mal wieder. Es wird schon Nacht. Dann sehen wir uns mal die Statue an. Was hat es damit nur auf sich? Es ist die Pokémon-Statue von Ewigenau. Da hing wohl mal ein Schild mit einer Erklärung. Aber es wurde abgerissen. Schade. Wir wollten jetzt echt wissen, was es damit auf sich hat. Angeblich ist das ein mega geniales Pokémon, das vor Ewigkeiten gesehen wurde. Hm, was könnte es nur sein? Da oben sehen wir ein Pokémon-Eitem. Wenn ich hier weiterlaufe, dann komme ich zur nächsten Route. Schätze ich mal. Genau. Da wollen wir aber noch nicht lang, oder? Wollen wir das? Wer bist du? Hey, Kindchen. Bleib bloß weg von der Pokémon-Statue. Team Galactic führt hier eine offizielle Untersuchung durch. Oh nein, nicht schon wieder Team Galactic. Die wollen allen meinen Pokémon die Energie bei den Entwicklungen absaugen. Ewigenau wurde zu Ehren eines Pokémon des Altertums erbaut. Vieles hat sich seitdem geändert, aber das Wichtigste blieb erhalten. Okay. Das ist gut. Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Hast du die Pokémon-Statue gesehen? Als ich ein Kind war, war sie der Mittelpunkt vieler Feste und Feiern. Ne, hab ich nicht gesehen. Also wirklich, hier geht alles dem Bach runter. Jemand hat das Schild von der Pokémon-Statue abgerissen. Diese Vandalen. Ich glaube, das war Team Galactic. Oh, der weiß noch was auf dem Schild stand. Ja, aber sowas von. Rück, raus mit der Sprache. Die erste Inschrift lautete ungefähr so. Schöpfung von DIA. DIA. Meister der Zeit. Ist es vielleicht DIA-MANT oder DIA-L-GAR? Im Lachen steckt Weinen. Und umgekehrt. Die gleiche Zeit fließt. Der Segen von DIA. Tja. Irgendwie habe ich ganz schön viel vergessen. Soll ich dir verraten, was die andere Inschrift besagte? Ja, hau raus! Die zweite Inschrift lautete so. Oder so ähnlich. Geburt von Pall. Schöpfer der Paralleldimensionen. Lebendig und doch nicht. Risse im Raum und im selben Universum zu. Der Segen von Pall. Palkia. Manche behaupten ja, es gäbe noch eine dritte Inschrift. Ich weiß nicht, was ich von der Theorie zu halten habe. Denk mal drüber nach. Was könnte das nur für ein Pokémon sein? Ich hoffe, wir werden es herausfinden. Also, die Story in Pokémon Platin. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall. Vor allem die ganzen legendären Pokémon, die ich dann später eventuell noch treffe. Aha, wer bist du? Kenn ich dich? Habe ich dich schon mal gesehen? Oh, äh, dieses Utensil da. Ist es ein Pokédex? Puh, da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldige bitte, wie heißt du denn? Äh, schön. Hallo Daniel, den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier. Hier, in Ewigenau steht die Statue eines Pokémon des Altertums. Hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Und wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit. Es wird dir sicher nützlich sein. Ja, VM01 Zerschneider, danke schön. Daniel verstaut VM01 in der TM und VM Tasche. Die VM Zerschneider kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex auffüllen zu können, weißt du? Danke. So, Professor Aibe, soll ich Grüße ausrichten? Na, ausnahmsweise. Ausnahmsweise mache ich das. Ich bezweifle, dass Kleinstein Zerschneider lernen kann. Wir probieren es einfach mal aus, aber ich hole mir so ein Bidita oder so. Denke ich mal. So, VM Zerschneider. Wurde aktiviert. Mhm, beibringen. Oh, äh, der John kann es sogar lernen, aber natürlich bringe ich das dem nicht bei. Was will der denn mit Zerschneider? Deshalb holen wir uns ein... Du, 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 Knospi. Ich will... Kann Knospi das auch? Ich will Bidita vielleicht für alle unnötigen VMs, die ich niemandem beibringen möchte ansonsten. Oder man benötigt sowieso so ein Sklaven-Pokémon. Ein Zickzacks normalerweise habe ich da in Rubin verwendet und schauen wir mal. Ich glaube, hier müsste auch ein Bidita auftauchen können. Noch ein Knospi. Nein? Dich suchen wir nicht, aber Knospi kann doch bestimmt Zerschneider erlernen. Fangen wir es einfach mal. Hm, Metallklaue, mal schauen. Obwohl, John ist mittlerweile so stark. Da wird alles ein One-Shot sein. Außer vielleicht... Ach stimmt, ja Moment, ich muss ja da bedenken. Ich glaube, Bidita würde ich mit manchen Attacken nicht komplett besiegen. Wampel. Nein, dich brauchen wir auch nicht. Wer hat dich gerufen? Na gut, ich such mal einen Bidita und dann melde ich mich wieder. Oh, Panikon. Habe ich gerade zufällig so knapp runtergezogen. Dann fangen wir das Ding mal. Pokéball. Damit fängst du Wille-Pokémon. Du wirst ihn wie einen normalen Ball. Kurveball und, und. Einfach fabelhaft. Oh mein Gott, genau in die Mitte. Mal schauen, ob ich den mit einem Ballbonus erhalte. Oh. Nerviges Teil. Das war knapp. Härtener. Das macht's härter. Für mich. Direkt noch einen Ball hinterher. Die sollte ich mir vielleicht auch mal kaufen. Oder vielleicht auch ein paar bessere oder ein paar mehr. Nummer zwei. Und da ist das Ding. Mal ein Pokédex-Eintrag. Nach langer Zeit. Und. Den sehen wir uns natürlich gleich an. Ein Eintrag im Pokédex. Panikon. Kokon. Es vergisst keinen Angriff, den es im Kokon erdulden musste. Da bist du. Möchtest du einen Spitznamen geben? Hm. Nö. Dich werde ich vielleicht sowieso bald wieder in die Box packen. Sehen wir uns mal an, ob du Zerschneider erlernen kannst. Aber ich will ja sowieso ein Bidiza. Also nicht sowieso. Aber irgendwann. Das nächste Bidiza nehme ich dann mit. Zerschneider. Nein. Panikon kann Zerschneider nicht erlernen. Aber das war einfach so. Aufgelegt muss ich sagen. Dass die KP wirklich so knapp runtergingen. Shaloko. Könnte ich auch fangen. Wenn schon, dann aber denn schon. Dass die KP eben hier mit einem Schnabel genau ins Rote gingen. Drei Pixel noch zu sehen waren oder so. Da dachte ich mir, muss man einfach einen Ball mal erzücken. Und 144. Die geben. Boah, die geben echt viel sogar hier. Dafür, dass das so Schrott-Pokémon sind. Mit so einem niedrigen Level. Knospi. Vielleicht gibt es hier doch keinen Bidiza. Dann schauen wir. Aber ich brauche jetzt den Schneider. Hier und jetzt sofort. Bidu. 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 Ein wildes Bidiza erscheint. Jetzt muss ich mit einer unnötigen Attacke angreifen. Okay, Attacke ging daneben. Boah, Walzer. Da kommt mal ein ordentlicher Stein. Ach so, du willst tanzen mit mir. Walzer tanzen, oder wie? So, mal schauen, wie oft getroffen wird. Zweimal getroffen. Okay, das heißt, nochmal geht die Attacke nicht. Dann muss das reichen. Bälle. Pokéball. Auf geht's. Oh, schon wieder einfach fabelhaft Curveball. Richtig genial. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Sehr schön. Der geht klar, der Wurf. Der hat gepasst. Bidiza. Wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Biduf, biduf. Ein Vergleich zeigte, dass die Vorderzähne von Bidiza und Radfraz gleich schnell wachsen. Gut zu wissen. Möchte ich einen Spitznamen geben. Aber auf jeden Fall. Und zwar. Ich nenne das Ding Maschine. Das ist meine Maschine. Genau. Dir kann ich jetzt hoffentlich Zerschneider beibringen. Einsetzen. VM aktiviert. Zerschneider. Bitte nicht verklicken, denn der John soll nichts verlernen. Maschine. Level 13 versucht. Kann nur maximal vier attacken. Was hast du denn so? Ist sowieso völlig egal. Äh, genau. Ist völlig egal. Denn du wirst vermutlich noch ein paar andere Attacken bekommen. Liebe Maschine. Und die Maschine erlernt Zerschneider. Jetzt mal überlegen. Wo waren denn überall noch Sträuche, die ich zerschneiden kann? Hm. Da gab es ja ganz hinten auch noch einige, einige, einige. Aber egal. Da schauen wir vielleicht später mal hin. Ich glaube, wo es jetzt weiter geht. Das ist hier. Team Galaktik Gebäude. Eben genau. Wir wollen deine Pokémon. Was wollt ihr? Nur über meine Leiche. Der Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Möchtest du Zerschneider einsetzen? Aber sicher doch. So, haben wir hier noch was? Irgendwo war da hinten ja ein Pokéball. Den müsste... Alter Schwede. Es tut mir echt leid mit meiner Steuerung hier. Der Baum sieht aus, als ob er zerschnitten werden kann. Zerschneider wird eingesetzt. Okay. Und es ist Nacht geworden. Oder zumindest Dämmerung. Ein bisschen dunkler. TM46 Raub. Sehr schön. Hat sich gelohnt, da hinzuschauen. Mal wieder eine TM abgestaubt. Und jetzt... Schauen wir rein. Ins Team Galaktik Gebäude. Fein. Da spricht mich auch schon der Erste an. Lebel. Hallo, junges Wesen. Ich bin's. Ich, ja. Bei meinem wandelbaren Wesen erkennt man mich nicht immer sofort. Schließlich gehöre ich zur Top-Elite der internationalen Polizei. Da ist es naheliegend, dass ein jeder auf meine Verkleidungen hineinfällt. Warum enttarnst du dich jetzt, wenn da extrem viele Team Galaktik Leute stehen? Und unter vier Augen möchte ich dir auch eines sagen. Unter vier Augen, da sind 20 Augen hier. Deine Fähigkeiten als Trainer sind überragend. Es ist dir ja wohl klar, dass mir das klar ist. Nicht umsonst bin ich ein Profi. Aus diesem Grund denke ich nicht, dass dir große Schwierigkeiten bevorstehen. Doch solltest du immer Vorsicht walten lassen. Finstere Subjekte sind überall. Aber genug Geblänkel. Ich habe einen Rat für dich. Du sollst lieber ein Rat mit D für mich haben. Jedes Stockwerk hier hat zwei Aufgänge. Zweifellos ist einer immer eine Falle. Diese Ganoven von Team Galaktik sind, wie sollen wir sagen, sie sind einfach nicht so helle wie du und ich etwa. Du kannst bestimmt leicht herausfinden, welchen Aufgang du nehmen musst. Ich nehme sowieso alle. Da gibt es bestimmt Items und so weiter. Ja, grüzi. Was ist da los hier? Gibt es da irgendwas bei Team Galaktik? Kann ich da ein bisschen was klauen? Abfalleimer ist leer. Schade. Ja. Bei dem Aufgang erwartet mich bestimmt ein Trainerkampf und den nehme ich. Auf geht's. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Und für welches? Das wissen wir nicht. Es tut mir wirklich leid, aber im Team Galaktik ist kein Platz für Kinder. Okay, wenn das echt ein Doppelkampf ist. Bald kommt mein Pokémon. Und das wird dann gelevelt, weil das ist jetzt echt doof eigentlich. In Wahrheit, wenn ich zwei Pokémon levele, die ich dann vielleicht gar nicht so haben möchte. Also das zweite. Einstein nehme ich ja 100% nicht. Ich wechsle zumindest auf Bidiza. Glaube ich. Und genau. Was machen wir? Zubat angreifen. Und im Prinzip, glaube ich, kommt Dingenskirchen nicht dran. Aber der greift alle an. Wenn das überleben sollte, dann sehen wir uns das mal an. Vielleicht eine neue Animation oder so. Ein Volltreffer. Ja, wer hätte das denn gedacht? Zubat wurde besiegt. John Hanky erhält 91 EP. Er erreicht Level 32. Okay. Haben die nur noch so wenige EP gefehlt? Superschall. Dann sehen wir doch noch den Angriff, der jetzt alle trifft. Vielleicht nur sich selbst. Einstein ist verwirrt. Und hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Gut. Oh, die haben ja noch richtig viele am Start. Ein Shamian. Da haben wir schon die Entwicklung gesehen. Schnurrgast. In einer der ersten Folgen. Ein Pokémon der vierten Generation. Und anscheinend sehr weit verbreitet im Team Galactic. Wer hatte das nochmal? Commander Mars oder so. Bei Team Galactic. Also auf jeden Fall ein Pokémon, welches noch häufiger in diesem Let's Play vorkommen wird. Einstein ist verwirrt und hat sich vermutlich selbst verletzt. Ja, mal wieder, wie immer. Blubstrahl auf Zubat. Kommt da nicht noch was? Die haben mir eingebildet. Da war noch ein Pokémon am Start. Zubat. Ja, erstmal wegfegen. Und wurde besiegt. John Henke erhält was. Einstein erhält was. Gib alles einfach nur dem John. Einstein, du brauchst das nicht. Du brauchst das wirklich nicht. Und du brauchst auch keine Attacken. Das ist völlig egal. Denn ich werde dich nie verwenden. So, Steinwurf nicht erlernt. Ist verwirrt. Triff dich nochmal selbst. Bumm. Tatsache. Da knallte sich nochmal eine Ohrfeige. Ach so. Der Rüpel hatte hier noch Skunkapu. Skunkapu. Haben wir Skunkapu schon gesehen? Ich glaube nicht, oder? Skunkapu entwickelt sich zu Skunkapu. Oder haben wir schon gesehen? Doch. Kann sein. Oder nicht? Ist aber anscheinend auch ein Pokémon, welches häufig im galaktischen Team eingesetzt wird. Ich meine, es stinkt. Sieht hässlich aus. Passt perfekt zu dem Team Galaktik, oder? Ja, irgendwie schon. Okay. Aber, aber, du bist noch ein Kind. 1400 Pokécoins abgesnackt. Dankeschön. So, und jetzt Pokémon. Nehmen wir mal die Maschine. Und packen sie auf Platz 2. Immerhin werde ich die Maschine im Team behalten. Wegen der VMs und so. So, jetzt gehe ich hier rauf. Denn eigentlich, vielleicht war das so ein Trick. Ein Trick, ein Trick. Oh, nö. Doch, war doch kein Trick eigentlich. War es genau richtig, dass ich hier gehe, mir zuerst das Item hole. Und dann nach drüben verschwinde. So. Mal schauen, ob der kämpfen will. Eigentlich will ich gegen alle kämpfen. X Tempo. Dankeschön. Kampf-Items-Tasche. Eigentlich will ich gegen alle kämpfen. Ja, Tatsache. Er hat mich nicht von sich aus angesprochen. Aber wer Erfahrungspunkte haben möchte, der kann sich die holen. Kli Bunkel. Ein einziges Pokémon nur. Und Kli Bunkel gab es erstmals in Pokémon Go beim Weihnachtsevent. Feiertagsevent 2018. Und jetzt sehen wir das Ding hier bei Team Galactic. Auch interessant. Direkt weggenatzt mit einem Treffer. Schöne Erfahrungspunkte. 3-3-7. Fehlt eine 1 davor. Dann wären das 1-3-3-7. Also, Shamian, Kli Bunkel, Skunkapu. Alles Optionen für Team Galactic. Commander Mars. Welcher Commander kommt dann als nächstes? Commander Krieger ist es definitiv mal nicht. Aber mal schauen. So, ich spreche alle an. Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es einem Trainer stibitzt. Die klauen hier andauernd Pokémon. Ich glaube, das war mit der TM-Raub nicht gemeint, dass man einfach Pokémon klauen kann. Und noch ein Shamian. Ja, sehen wir uns mal an, was das Shamian so kann. Mann. Das kann aber, glaube ich, nichts. Denn du hast es geklaut und das folgt nur seinem ursprünglichen Herrchen. Du kannst nicht einfach Pokémon stehlen und dann glauben, dass sie dir gehorchen. So funktioniert die Welt nicht. Was soll das denn? Und Daniel gewinnt wieder eine ordentliche Ladung an Coins. Sehr schön. Mal schauen, welcher Weg der richtige ist. Da ist noch ein Ball versteckt. Den muss ich mir einfach holen. So leid es mir tut. Den gönne ich mir. Den Kampf gönne ich mir auch noch. Neue Energieformen. Was wollen die mit der Energie die ganze Zeit? Von den armen Pokémon. Okay, bei dem hat man nicht die Wahl. Bei dem Trainer. Da muss man kämpfen. Oder sollte ich hier sagen, bei dem Rübel. Für mich sind die Rübel keine echten Trainer. Das sind Bösewichte. Der gemeinsten Sorte. Und wir haben noch ein Skunkaboo. Ja. Doppeltes Level von John. Es ist Brutalanda. Wasch du los? Das weiß ich auch nicht. Gut. Mal schauen, ob sich das Item gelohnt hat. Ein Sonderbonbon wäre mal nicht schlecht. Dann könnte ich den John noch. Klippunkel nochmal. Könnte ich den John noch höher pushen. Als er sowieso schon gepusht ist. S meine ich natürlich. Was stand da? Was hat Klippunkel für eine Fähigkeit? Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber mit einem Haps sind sie im Mund. Und der Kampf verläuft rund. So rund wie Voltobal. 283. Und Shamian. Da hätten wir wirklich alle in einem Trainer. Alle, die wir bisher so gesehen haben immer. Bei einem Team Galactic Trainer. Und es reicht immer ein Blubstrahl. Aber wenn ich immer nur Blubstrahl verwende. Werden die AP dann bis zum Ende nicht reichen. Vermutlich. Aber gut gelevelt mal wieder. Dankeschön. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Das weiß ich auch noch nicht. Das weiß ich auch noch nicht. Aber hier den Ball. X Spezial. Okay. Den Ball konnte ich natürlich nicht übersehen. Das sollte hoffentlich jedem klar sein. So. Jetzt war aber hier dann der richtige Weg. Wenn mich nicht alles täuscht. Und. Hayden. Da rechts haben wir schon mal gesehen, oder? Wie hieß der nochmal? Sharon oder so? Irgendwie so hieß der. Das war doch der im Windkraftwerk, oder? Nein, egal. Egal. Moment mal. Wie stark sind meine Pokémon? Ja. Ja. Fast voll aufgeheilt. Was hat Team Galactic nur vor? Warum stehlen sie unsere Pokémon? Was wollen die damit reichen? Hm. Ich weiß es auch nicht. Ein Haspyrohr. Süß. Und dein Pi. Hm. Ähm. Wolltest du etwas? Ach. Wieso frage ich so dumm? Du willst die Pokémon befreien? Ja klar. Als ob ich das erlauben würde. Ich. Jupiter. Kümmere mich persönlich um dich. Also. Nach Commander Mars ist jetzt hier Commander Jupiter am Start. Okay. Zubat. Zubat? Hilfe Zubat. Oh nein. Was soll ich nur gegen ein Zubat machen? Mami. Hilf mir. Gut. Das war mal. Da hätte schon ein Golbat kommen können. Muss ich sagen. Ein Zubat ist ja mal nicht die größte Herausforderung der Welt. Aber gut. Ich nehme was ich kriegen kann. Scun-Tank. Ja jetzt geht's kunter bunter weiter. Das ist dann schon was anderes. Muss ich sagen. Hoho. Ähm. Würde ich so ein Ding fangen? Ich würde es glaube ich Trump oder Donald oder irgendwie so nennen. Ich meine sorry. Aber die Frisur. Das ist doch aufgelegt. Oder? Die Frisur ist echt. Ja. Perfekt. Und was machst du? Ne Bäre. Wieso haben die alle ne Bäre? Wie anmaßend. Versuch dich mal hier an Kind. Wie hat die mich gerade genannt? Hat die mich gerade Kind genannt? Ich zeige ihr mal Kind. Ich hole gleich meinen Kindwurm raus. Und dann gibt es aber mal saures statt süßes. Okay. John. Blubstrahl. Ein Volltreffer. Ich glaube aber sogar ohne Volltreffer hätte das gelangt. 1029. Ja. Bist du des Wahnsinns fette Beute? Was war das gerade? Heftig. John Hankey versucht Larki zu erlernen. Ja. Nehmen wir einfach mal. Und zwar anstelle von Furienschlag. Ist unnötig. Vergessen. 1, 2, 3 und... Schwuppidiwuppidiwupp. Furienschlag vergessen. Und Larki gelernt. Kommander Jupiter besiegt. Einem Kind unterliegen. Meine... Ach... Das war zu schnell. Heftig. Das ging gut. Hui. Du bist ganz schön zäh. Macht aber nichts. Unsere Untersuchung. Der Pokémon-Statue ist beendet. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert. Wir sind hier fertig. Aber eine Sache verrate ich dir. Unser Boss erforscht die alte Pokémon-Mythologie. Mit der Macht der mythischen Pokémon wird er ganz Sinnoh beherrschen. Also kommen Team Galaktik nie wieder in die Quere klar. Das ist meine letzte Warnung. Und weg ist sie. Ich hab meinen Pipi... Oh, das ist ein Pipi. Sorry, das sah so klein aus wie ein Pipi. Ja, stimmt. Klar ist das ein Pipi. Und das ist allein dein Verdienst. Aber dieses Team Galaktik... Die haben gesagt, Pipi kommt aus dem Weltraum. Her damit. Was für eine krude Logik. Als kämen sie selbst aus dem Weltraum. Jedenfalls sind sie jetzt weg. Vielen Dank. Ja, Team Galaktik und die Namen und so. Fahrradgeschäft soll ich. Okay. Da liegen noch Items ohne Ende. Was ist hier? Schlaraffenland? Daniel hat ein Upgrade gefunden. Ja, kommt jetzt Porygon oder wie? Gut. Wo bekomme ich diese zwei Items? War da noch... Ein Treppenaufgang? Nein. Jetzt ist der Typ hier weg. Schade. Vielleicht hätten wir da noch irgendwas verraten oder gesagt oder was auch immer. Hm. Ärgerlich. Indigo-Stück. Nehme ich. Und? Bill Leber. Der kann auch nicht schaden, würde ich mal sagen. Aber das ist jetzt echt schade. Dass ich den Sharon... Irgendwie so hieß der. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Dass ich den hier nicht getroffen habe. Der hätte mir bestimmt was Nettes erzählt von der Welt. Dann schauen wir mal wieder runter. Ins Fahrradgeschäft dann. Das Fahrrad holen. Aber im Prinzip in der Folge ist, denke ich, schon mal einiges passiert. Arena-Leiterin Silvana besiegt. Zerschneider bekommen. Und... Ja. Team Galactic hier. Vermöbelt. Aber sowas von. Dann würde ich mal sagen... So, für diese Folge soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich, wenn wir was zusehen. Und würde sagen, es geht einfach... Bis zum nächsten Mal weiter. Boop. Boop.